Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play SimCity bei Cedric Elsius TV Und heute mal wieder eine neue Folge mit einem neuen Projekt Wir fangen eine neue Stadt an, also klicken wir mal auf Spielen Und ich tue mir mal schön im Spiel beitreten Da suchen wir uns was schönes aus hier Da haben wir was deutsches Weitere Ergebnisse Hier sind viele ON Vor 16 Stunden Wünschen Keine Ahnung was ist Ebenfalls Wir fangen mal hier an Ich weiß nicht, geh ich hier hin Zu den? Oder zu den, ja Ich glaube Ich geh mal zu ihm hier Und suche mir mal eins erstmal zu Und dadurch war eine Verbindung Und zwar hier ist ein bisschen bergischer Aber ich brauche auf jeden Fall eine Zugverbindung Hier hat er zwar keine Kohle Aber hier Öl Wasser Wind Ganz wenig Wir suchen doch mal das Effizitivste raus Hier haben wir viel Hier Wir tun mal das neben mir Anspoken Anspoken Andere Sachs So 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 Hoffentlich lädt das jetzt nicht so lange Und ich will auch gleich mal die Lautstärke wieder runter stellen Aber ich würde vergessen Das letzte Mal was er ein wenig laut 1.28.465 Brände gelöscht Naja Das ist schon viel Für die ganze Welt Eigentlich Für die die ich gerade beigetreten bin Das ist wahrscheinlich für insgesamt Alle Kontinenten Ah Jetzt So Ich glaub die sehen etwas erwachsener aus Ich tu mal hier gleich Straße ziehen Wir fangen mal mit Der hier an Wie gesagt ich bin nicht so der Fan von geraden Straßen Aber wir machen jetzt trotzdem eine geraden Straße So So Jetzt machen wir mal den da 8.000 sind weg Guck mal ganz kurz hier Guck mal ganz kurz hier Halt die Klappe Halt die Klappe Ich muss jetzt erstmal hier Gucken wo der Wind herkommt Wo der Wind herkommt Wo der Wind herkommt Ja Wind gerade Also muss ich hier drüben in der Ecke Am besten Am Wasser will ich das nicht machen Wir haben mal eine Zugverbindung Hier ne Ist der Zug irgendwo Keine Ahnung Wahrscheinlich nicht so Dann machen wir hier an der Ecke So Ich hab gelernt wie die Karte nicht weg geht Einmal so Einmal so So Dann ziehen wir erstmal eine kleine Straße Und Es gibt nur einen klick Okay Okay Na ja Dann müssen wir noch warten Oh So 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 Jetzt ist natürlich ein bisschen unproduktiv das als erstes zu bauen Ich mach mal eine Straße genau in die Kicken gesetzt in der Richtung Ich bin so der Straßentyp Ich bin so der Straßentyp So 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 Jetzt Tun wir mal ein bisschen Wohngebiete ausweisen Bisschen schneller machen hier diese ganze Sache Ja komm sie doch schon Ja Dann fangen sie ihre Häuser an zu bauen Bauen Gefällt mir Ja Zum Verkauf Zu Tja Das ist doch super So Die Leute brauchen natürlich auch was zum Arbeiten Da hab ich genau das richtige für sie Ja Straßenansicht Jetzt machen wir so eine geile Strasse rüber Jetzt müssen wir die Strasse erweitern hier So, ich mach so einen kleinen Bogen hier, hier ist Wasser Aber ich muss mit dem Geld aufpassen So So Trinacorium Ja, das sieht doch himmlisch aus Und hier dran dann so eine schöne Strasse Ja, ich mach so So Wind hat gedreht, willst du den Schwarzen? Ich muss mal so machen Oh, das finde ich jetzt ein bisschen blöd gemacht Aber man kann ja nichts dafür Ähm Nachfrage an Gewerbe steigt da um Menge So 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 den stadtnamen tue ich in der ersten folge also tue ich jetzt noch nicht verändern das könnt ihr entscheiden ihr könnt mir vorschläge in die infobox in die kommentare schreiben wie ihr die stadt nennen wollt ich bin für jeden namen offen regnet gerade ein bisschen er mich dass wir keine strom hatten ja ich bin böse weil wir keine strom hatten ja ihr hattet ja kein strom aber jetzt habt ihr doch was wollt ihr denn von mir es ärgert mich auch so einiges was ich verändern kann aber ich kann es eben nicht verändern weil ich es nicht verändern habe schöne aussage muss ich machen na komm wir machen jetzt ein plus bevor ein feuer ausbricht auf 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 Das finde ich schon schön, was hier oben gerade steht, ja. Ja, die Spur. Ja, die Spur. Ja, die Spur. Warum habe ich das jetzt zweimal? Keine Ahnung. Ja, ich habe gerade geschrieben, dass ich hier aufnehmen möchte. So, jetzt kommt wieder das, was ich mir vorhin gerade überlegt habe, ja, warum baust du jetzt die Feuerwehr dorthin? Und ich hatte das mal in einigen Tests von mir, wo ich nicht aufgenommen habe gemacht und jedenfalls, ich habe da immer das nicht geschafft. Man muss mindestens fünf, also maximal fünf Häuser, maximal vier Häuser dürfen abbreiten, aber fünf das nicht, weil dann kriege ich die 50.000 nicht. Das ist so schwierig, darum ist es so eine hohe Belohnung. Ich hätte die Feuerwehr jetzt dorthin stellen müssen, wo an der Straße nichts abbrennt kann. Nur dann nützt sie mir ja auch nichts, weil die Reichweite nicht so viel ist, aber... Ich mache es mal trotzdem. Ihr brennt gleich ein Haus ab, das weiß ich jetzt schon. Abreißen. Ah, es brennt schon. Abreißen, abreißen, abreißen. Alles abreißen, ja, scheiße, hier brennt schon das. Abreißen. Ist zwar sehr unproduktiv, aber... Ist eben so. Diese sind doch da, um die Straße zu verlieren. Keine Ahnung, was ist das? Was ist das? No! Ich kann ja nicht auf Abreißen gehen. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao!